Wie schaffst du es, dein Publikum bei Referaten, bei Präsentationen, bei Meetings, bei welchen Anlässen auch immer, bei größeren Reden, wie schaffst du es, deine Zuhörer zu faszinieren, anstatt nur irgendetwas zu präsentieren, was über 95% aller Menschen machen, wenn sie vor anderen Menschen sprechen müssen? Das erfährst du bald in meinem großen neuen Online-Kurs mit dem Titel Faszinieren statt Präsentieren, den sich meine Community gewünscht hat, an dem sie aktiv mitgearbeitet hat. Und deswegen bin ich überzeugt, es ist ein passgenauer Online-Kurs auch für deine Bedürfnisse. Trag dich gerne jetzt ein für das völlig unverbindliche und kostenfreie Webinar zum Verkaufsstart dieses Kurses. Da gehen wir alles durch, was dich erwartet. Nutze einfach den Link im Umfeld dieses Videos hier. Was erwartet dich? Ein paar Goodies jetzt schon für dich vorweg. Wenn du zum Beispiel nicht weißt, wie du deine Stimme richtig einsetzt, auch das war ein großer Wunsch der Community. Axel, ihr Moderatoren, ihr könnt das. Aber wie mache ich das als Otto Normalo? Soll ich laut sein, um die Menschen von meinen Inhalten und meinen Botschaften zu überzeugen? Oder mache ich es eher hintergründig? Mal mit einer Pause, weil die viel besser ankommt. Und wie lerne ich das? Wie soll die Satzmelodie sein? Das in einem ausführlichen Modul. So lernst du, das Publikum, deine Zuhörer von dir und deiner Botschaft zu überzeugen. Wichtiger für alle, die schneller Karriere machen wollen, weil sie so bei den Entscheidern als gute Redner auffallen. Oder wenn du Selbstständiger bist, dann wirst du sicher mehr Umsatz machen, weil du lernst, dass das Kundengespräch ganz anders aufgebaut werden kann, dass mit dem klassischen Verkaufsgespräch nichts mehr zu tun hat. Das ist der zweite große Inhalt dieses Kurses. Du bekommst von mir Einstiege an die Hand, die du wie eine Blaupause für dein Thema, deinen Anlass übernehmen kannst. Über 20 Stück. Ich fülle deinen Ideenspeicher, falls auch du zu den Menschen gehörst, die sagen, ja, ich weiß, der Einstieg, mal ein Gag oder mal ein Bild, Storytelling, das ist so wichtig, aber ich habe dieses Talent nicht. Die gute Nachricht ist, nach dem Kurs hast du auch das Talent, aber du brauchst es nicht mal unbedingt, weil ich habe dir die kreative Arbeit bereits abgenommen. Wenn dir nicht klar ist, wie das geht, dass du von diesen 20 Beispielen im Online-Kurs wirklich, ich behaupte, 15 auch vor dein Thema setzen kannst, wie das funktionieren soll, dann trag dich ein ins kostenfreie Webinar über den Link hier im Umfeld dieses Videos. Da gehen wir schon in die Tiefe und du kannst dann entscheiden, inwieweit du bereit bist, deine Fähigkeiten aufs nächste Level zu heben. Kannst aber auch schon mit den Infos, die ich dir im Webinar in die Hand gebe, konkret in die Umsetzung gehen. Drittes Beispiel, was du lernst. Falls du auch zu denen gehörst, die sagen, ja, und wenn es dann irgendwie dahin geht, ich beginne den roten Faden zu verlieren und dann merken das meine Zuhörer, mein Publikum, mein Chef oder mein Kunde und dann bin ich nicht mehr entspannt. Stopp! Im Online-Kurs bekommst du von mir einen Erste-Hilfe-Kasten mit 10, ja, mit 10 Techniken, die du ebenfalls wie eine Schublade nur rausziehen musst, je nachdem, in welcher Phase dieses rote Fadenverlierens du bist. Techniken, die wir Radiomoderatoren, ich mache das seit über 20 Jahren im Radio, Fernsehen und auf der Bühne, aus dem FF beherrschen, die ich auch perfektioniert habe. Erstaunlicherweise steht viel von dem nicht in Rhetorikbüchern drin. Es ist kein Herrschaftswissen, denn im Online-Kurs faszinieren, anstatt nur irgendwas zu präsentieren, bekommst du alle Techniken an die Hand und weißt dann, wie es geht. So machst du den Unterschied und das ist ja das Ziel, mehr Umsatz zu machen, schneller befördert zu werden oder als Schüler und Student eine bessere Note einzuheimsen. Freue mich drüber bzw. drauf, wenn wir darüber gemeinsam sprechen im Live-Webinar zum Start des Online-Kurses. Faszinieren statt nur präsentieren. Trag dich gleich ein, melde dich an, völlig kostenfrei und dann geben wir Gas. Du auf dem nächsten Level, du wirst den Unterschied machen und die Menschen ab sofort faszinieren. Davon bin ich überzeugt. Wir sehen uns.